Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung des königlichen Wissens. Bis zum 31. März läuft der European Online Chess Club Cup, eine Art Champions League des europäischen Schachs für europäische Vereinsmannschaften. In der Finalrunde mit zehn Teams sind sogar zwei deutsche Teams dabei, nämlich der Hamburger SK und die Schachfreunde Deizisau. So, vorneweg der Hinweis, heute werde ich den zweiten und entscheidenden Finaltag ab 14.30 Uhr, einige von euch werden das wahrscheinlich zu spät hören, live auf meinem Twitch-Kanal streamen, die Runden fünf bis neun, zusammen mit Eva-Maria Zickelbein vom Hamburger SK. Freue ich mich schon drauf, kommt vorbei. Jetzt in diesem Video zeige ich euch eine Partie von Matthias Blühbaum, der deutschen Nummer eins, gegen Shakhriya Mamedjarov, dem stärksten Spieler in der Finalrunde, der für das Team aus Aserbaidschan spielt, Otla Jurdu. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Matthias Blühbaum für die Schachfreunde Deizisau. Gehen wir mal rein. Weiß beginnt hier mit D4, Springer F6 hier, Springer F3, D5, E3, ein bisschen ungewöhnlich von der Zugfolge her, E3, lässt sich noch offen, ob er C4 spielt oder nicht. Schwarz spielt G6, C4, Läufer G7, C schlicht D5, Springer schlicht D5. So, jetzt sind wir ja mit Zukunftstellung in eine, ich würde sagen, Nebenvariante der grünfeldindischen Verteidigung übergegangen. Aber ich meine, dass Mamedjarov diesen Aufbau sehr, sehr häufig schon gespielt hat. E4, weiß besetzt das Zentrum, ist ein bisschen verzögert. Er hat ja zuerst E3 gespielt, aber er bekommt hier die Möglichkeit, den Springer mit Tempo aus dem Zentrum zu vertreiben und das nutzt Blühbaum und spielt E4. Das ist auch alles bekannt hier. Springer B6, jetzt ein sehr interessanter Zug. Anstatt sich jetzt nochmal weiterzuentwickeln mit Läufer E2, wonach Schwarz wahrscheinlich mit Läufer G4 den Springer attackieren würde und Druck auf das Zentrum ausüben würde, spielt Weiß, um das Ganze zu verhindern, H3. In aller Ruhe erstmal. Schön prophylaktisch, verhindert, dass der Läufer auf C8 nach G4 geht und wir sehen auch, der Läufer auf C8 ist ein kleines Problemkind. Der hat hier auch keine Felder. Also er kann da nicht hin, da nicht hin und gut, E6 bietet sich eh nicht an, also meistens nicht an in solchen Stellung. H3, Ruchhade, Springer C3 und jetzt ein ganz wichtiger Zug für Schwarz. Man muss verstehen hier, strategisch, wenn man nichts gegen dieses Zentrum unternimmt, dann hat man einen Raumnachteil mit Schwarz. Deswegen ist der folgende Zug richtig stark und ganz konkret funktioniert er auch. C5 attackiert das weiße Zentrum. Was ist die Pointe hier? Wenn Weiß diesen Bauern nehmen würde auf C5, dann wird Schwarz jetzt nicht hier auf D1 schlagen. Das ist zwar möglich, aber Weiß kann mit dem Springer zurückschlagen. Nein. Schwarz gibt den schönen Läufer her auf C3 mit Schach, B schlicht C3, Dame D1, König schlicht D1 und jetzt Springer A4 und am Ende bekommt Schwarz seinen Bauern wieder, entweder den C3 oder den C5 und gleicht die Partie aus. Weiß hat zwar das Läuferpaar, insbesondere den starken Schwarzfeldringläufer, aber dafür hat er hier isolierte Bauern. So kam es nicht. Was könnte man hier noch spielen als Weißer? Eine Möglichkeit ist natürlich D5, den Bauern einfach vorzuziehen. Wie würde man hier gegen das weiße Zentrum kämpfen? F5 ist hier konkret der beste Zug. Den Bauern E4 attackieren. Gut. In der Partie wählte Blühbaum einen anderen Weg. Er spielte Läufer E3, hält die Spannung aufrecht und entwickelt eine Figur. Schwarz nimmt auf D4, Springer schlicht D4. Ich hatte es vergessen zu erwähnen, das ist eine Schnellschachpartie. Der gesamte Wettbewerb wird mit einer Bedenkzeit gespielt. 15 Minuten plus 5 Sekunden Zeit, Gutschrift pro Zug. Schnellschach. Springer schlicht D4. So, Schwarz möchte sich weiterentwickeln, spielt Läufer D7, bereitet Springer C6 vor. Läufer E2. Springer C6, Rochade. Hier gab es einige Vorgängerpartien, wo Schwarz auf D4 tauschte. Das sieht aus meiner Sicht auch sehr logisch aus. Springer schlicht D4, Läufer schlicht D4, Läufer C6, Läufer schlicht G7, König schlicht G7 und das sieht für mich komplett ausgeglichen aus. Weiß hat hier einen Bauern im Zentrum, aber Schwarz ist voll entwickelt. Zwei Leichtfiguren sind getauscht. Ein Raumvorteil ist jetzt nicht mehr wirklich dafür, Weiß und warum sollte hier einer besser stehen? Das ist komplett ausgeglichen. Mamedjarov spielt ein bisschen anspruchsvoller, er tauscht nichts und spielt Turm C8, bringt seinen Turm ins Spiel. Blühbaum dachte, okay, wenn er jetzt nicht tauscht, wisst ihr was, dann gehe ich mit meinem Springer nach B3, tausche nichts und möchte nach C5 mit dem Springer, um hier den Läufer und den Bauern zu attackieren. Schwarz spielt Springer E5, ähnliche Idee, aber Weiß ist als erster dran und spielt Springer C5, greift den Läufer an und insbesondere den Bauern da hinten auf B7. Schwarz möchte natürlich den Bauern nicht geben und spielt Läufer C6. Jetzt kommt Dame B3 und hier so langsam übernimmt Weiß das Kommando, hier hat Weiß wahrscheinlich ein bisschen Vorteil. Die Dame steht hier aktiv, die Türme können ins Zentrum kommen und ein wichtiger Plan ist hier A4, A5 mit Attacke auf diesen Springer auf B6. Dieser Springer auf C5 ist extrem stark hier, auf C5, der ist sehr aktiv. Das ist eigentlich die einzige Figur, die die eigene Hälfte verlassen hat und in der Hälfte des Gegners ist und deswegen insistiert Stockwisch 13, natürlich analysiere ich die Partie mit einer Engine, Springer D7 zu spielen und diesen Springer abzutauschen. Mamed Jarov aber spielte E6. A4, Dame C7. Hier ist natürlich schwierig, so ein bisschen die Pläne zu mischen. Turm FC1 ist wohl sehr stark mit der Idee Springer B5 und eventuell hier die Gegenüberstellung auszunutzen. A5 läuft sowieso nicht weg, aber Matthias spielte sofort A5, greift den Springer. Springer D7. Auch hier muss man nicht auf D7 tauschen, man kann erstmal einen Turm ins Zentrum stellen, aber Weiß tauscht auf D7. Springer schlicht D7, Springer schlicht D7. Springer B5, greift die Dame an und sehr stark von Mamed Jarov, er schätzt korrekt ein, er muss hier tauschen. Besser, den Springer tauschen, der ist zu stark, Läufer schlicht B5, Dame schlicht B5, A6, zurück mit der Dame, Dame B4. So, Weiß hat jetzt hier das schöne Läuferpaar in einer recht offenen Stellung, aber Schwarz hat eine sehr solide Stellung hier. und einen sehr starken Läufer hier auf G7, der Druck macht und jetzt findet er für diesen Springer hier ein wunderschönes Manöver. Er spielt Springer B8 und gruppiert den Springer nach C6 um. Turm FC1, Springer C6, alles mit Tempo, Weiß muss den Bauern A5 verteidigen, Dame A3. Dame E5, zentralisiert die Dame, attackiert zwei Bauern. Das sieht auf den ersten Blick gefährlich aus für Weiß, aber es kommt Turm C5 mit Angriff auf die Dame. Jetzt hatte Schwarz das Dilemma oder war im Dilemma, welchen Bauern schlägt er, den oder den hier. Beides ist möglich. Wir schauen uns kurz Dame schlicht B2 an. Dame schlicht B2, Läufer schlicht B2, Turm B1 und wir sehen, Schwarz wird da hinten irgendeinen Bauern zurückbekommen. Läufer A3, Turm C3, Läufer zurück und Turm schlicht B7. Die Variante geht weiter mit Springer schlicht A5, Turm schlicht C8, Turm schlicht C8, Turm D7, Läufer E5, Läufer schlicht A6. Es entsteht relativ forciert dieses Endspiel, in dem Weiß mit dem Läuferpaar auf lange Sicht noch umdrücken kann, aber, gut, die Maschine sagt jetzt ausgeglichen, aber aus menschlicher Sicht ist das natürlich deutlich angenehmer, für Weiß zu spielen. In der Partie setzt er mal mit Jarow mit Dame schlicht E4 fort. Sieht auf den ersten Blick auch gut aus, weil, ja, Bauer weg, Bauer mehr, aber, es folgt Läufer F3, greift die Dame an. Auch hier wieder hatte Mamedjarov das Problem, war im Dilemma, geht er nach B4 oder H4? Er entschied sich hier für H4. Es kommt Turm AC1. Weiß hat jetzt sehr aktive Türme auf der C-Linie, zwei aktive Läufer. Sehr interessante Reaktion hier von Mamedjarov, er spielt Turm B8, antizipiert Läufer schlicht C6 mit Öffnung der B-Linie, wonach der Bauer B2 ein Angriffsobjekt wäre. Aber, Blühbaum nimmt den gar nicht auf C6, spielt Turm 1 C4, greift die schwarze Dame an hier. Tja, ja, was soll man mit der Dame machen? Ähm, was meint ihr? Ich muss mal kurz was nachschauen, was mich interessiert, und zwar, ähm, wie lange dachte Mamedjarov hier nach? Naja, er dachte eine Minute nach, hier, nach Turm 1 C4, und es kam Springer D4. Und das ist ein entscheidender Fehler. Und jetzt seid ihr dran. Warum ist Springer D4 ein Fehler? Das ist sogar ein Fehler, der die Partie kostet, und zwar auf der Stelle. Ihr könnt gerne das Video passieren und versuchen herauszufinden, wie Gewinnt hier weiß. Ich weiß nicht, womit er rechnete hier, die Sache ist, wenn ich mit dem Läufer nehme auf D4, dann nimmt natürlich schwarz mit dem Läufer, und hat natürlich immer E5, um den Läufer zu decken, falls ich jetzt mit Dame B4 den Druck erhöhe hier. Vor allen Dingen, das geht hier gar nicht, weil F2 hängt. Fällt mir da halt auf, das geht gar nicht. Ähm, also Läufer D4 geht gar nicht. Das ist nicht der Gewinnzug. Weiß gewinnt mit Läufer G5 hier. Und plötzlich ist die schwarze Dame weg. Die hat kein Feld. Völlig verrückt. Mamedjarov gab hier auf. Natürlich müssen wir kurz berechnen, was passiert nach Springer schlicht F3 Schach. Wir nehmen natürlich mit der Dame die Dame Kanone nach H5. Wohin sonst? Und jetzt kommt G4 mit Angriff auf die Dame und die Dame ist gefangen. Der Läufer deckt diese Felder und die Dame deckt den Bauern hier. Das ist die einzige Variante, die man wirklich berechnen muss nach Läufer G5. Was anderes gibt es hier nicht nach Läufer G5. Die Dame ist angegriffen, die hat eh kein Feld. und Weiß gewinnt. Gehen wir mal zurück zur Stellung nach Turm 1 C4. Was hätte hier geschehen müssen? Natürlich hätte schwarze die Dame zurückziehen müssen. Das Beste ist Dame D8. Dame D8. Hier geht es weiter mit Läufer schlicht C6, B schlicht C6, B4. Das ist eine der Varianten, die Stockfisch angibt. Weiß wird den Bauern C6 gewinnen und wird sein Material zurückbekommen. Vielleicht kann Weiß ein bisschen Druck ausüben, weil er diesen Bauern A6 attackiert. Er steht auf jeden Fall etwas aktiver, denke ich. Die schwarzen Schwerfiguren sind alle auf der Grundreihe. Wobei Dame D1 Schach gefolgt von Turm D8 oder so oder Turm C8. Damit bringt Schwarz seine Figuren auch ins Spiel. Ja, ein schöner, schneller Sieg für Matthias Blühbaum gegen Mamedjarov, die Nummer 1 in diesem Turnier, was die Rangliste aller Spieler betrifft, ist ja ein Mannschaftsturnier. Und in der Finalrunde lief es am ersten Tag sehr gut für die deutschen Teams. Daitzisau mit drei Siegen und einer Niederlage geteilter erster Platz zusammen mit Klischier-Scheck aus Frankreich auch drei Siege eine Niederlage für Hamburg auch sehr gut. Zwei Siege zwei Niederlagen, aber Hamburg ist nominell gehört zu den schlechtesten Teams in der Finalrunde der zehn Mannschaften. Dementsprechend großer Erfolg bisher. Und ich wiederhole nochmal, heute ab 14.30 Uhr kommt vorbei, ich kommentiere ab 14.30 Uhr bis 14, 15, 16, 17, 18, ja bis 19.15 Uhr, also ziemlich lange, fünf Stunden werde ich streamen locker und werde das den zweiten Finaltag der Champions League des Schachs live kommentieren. Alles klar, ich hoffe der Content gefällt euch und ihr bleibt noch vorher mit dem Abo dabei, falls ihr neu seid. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.